hi heute mal ein kleines video zum thema kochen speziell für daniel overkill aus dem survival beyond bushcraft forum und worum es geht um seine lieblingsspeise zuerst nämlich schinken mit dem auf größe aufgrund der größe der pfanne die schneide ich natürlich mit meinem opinel ich mache die kleinen sehr klein so 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 Yum. Aber man kann schon sehen, dass sie schön grauen werden. Noch ein bisschen Gas geben. Sieht doch schon nicht schlecht aus, oder? Jetzt gebe ich die Bohnen dazu. So. 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 erstmal heiß und scharf und lecker daniel mach lieber ein bisschen mehr rein als du die wohnen guten appetit tschüss und scharf und scharf und scharf